so schön schön ja das ist schön hier wohnt ein bücherwurm oh ich habe ein arge gefunden ist das besonders? ich habe ein bossauge zum beschwören du meinst diese linsen oder nicht? jo ne ich habe das arge gefunden direkt das das heißt du hast direkt das auge mit dem man ihn beschwören kann oder was? jo ok vorne nice und jetzt? was? und jetzt? wollen wir noch probieren oder was? ich stelle mich in mein haus du gehst raus dann sparen wir durch darf man? ach ne da kommt der eh nicht rein der pisser kommt da eh hier rein du bist doch auch klar ja du aber auch jo danke bitte oh ich bin schon bei laba einfach nur oh mein gott das ist eine fette laba quelle ja kann man so lassen jo ich bin gleich in der hölle jawohl nice ah das springt nach der drottel er ist gestorben durch laba der ja das ist eine dinger na komm rein hier hoch zombie tot naja fahren wir doch mal ein bisschen geld ne ähm ich glaube der starb ist das sagst du jede zehnte sekunde geldfarmen geldfarmen ja ich brauch geld es ist in real life hier im game ernein ist der meteor der hab ich gesucht doch erst einen gehört wow da ist noch einer geil und allermann ist nicht da der mich klauen kann top nice zwei fallen stars gesammelt jetzt kommen die zombies oh jetzt kommt zuerst nice nein scheißfalle ich hab mich fast getötet scheißfalle eine falle ja gibt es hier fallen falle ja falle es gibt hier fallen wann gibt es hier fallen der fallen scheinen kann ich töten johr nee es gibt doch fallen ferrari ist böse wirst okay ist ja wie in minecraft hier nein oh wo kommt ihr denn alle her hier warst mein tun zu uns geliebt er hat mich einfach an ohne mich zu fragen easy so wie viele linsen brauche ich um das ding zu beschweren so dynamit frisst dynamit ja siehste nur damit brauchen wir nicht alle brauchen die brauchen wir nicht hoffen der der rolltot alle beide gleich instant bing bing modern arrow ne wooden arrow modern alter wie komm ich da auf hast schon gehört modern warfare kann man doch nur noch äh also remaster kann man doch nur noch mit infinity kaufen ne äh weißt du es war ja mal gerüchte von wegen um eine diskversion aber leider nein na das sind rottel das ist doch dämlich alter warum soll ich nur ach egal weil ich hab ich bin einer der hat ich hab lieber die sachen alle auf disk rumliegen ganz ehrlich ne ich auch anstatt jetzt oh nice oh da ist noch ein stern nice danke danke schwert bitte das schwert kann reden ja ich bin das schwert ah ey ich bin das schwert bitte fühl mich nicht mehr an der halbein danke so 3 foreign stars ne linse was jaggers shackle und nur und nur shackle alter schau wie weit ich unten bin in dieser tür schau mal auf die karte haha okay das kann ich nicht mehr equipen ähm okay du bist 3000 noch was unter mir okay jetzt suchen wir mal kurz raus meine karte ich hab ja jetzt wieder so ein bisschen money ein tnt dankeschön der hat immer vorrat der bombt alles weg alter der gibt mir da muss aufpassen der hat bestimmt irgendwie connections der bombt hier alles weg wenn wir nicht da sind so linsen 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 habe ich jetzt 6 stück ich liebe es wenn sich gegen das selbst umgehen ach diese javelin die ich habe ne 52 stück die machen 17 scharen ja hätte man nehmen können so was schiff throne okay ich hab ne jaggle plus 1 defense okay irgendwo ein komet wahrscheinlich auf meinem dach gut ich hab jetzt 17 fallen stars ne äh ich bin nicht hier unten das ist schön das ist echt schön das ist echt schön auf nach oben ne ach 2 stück sogar nice bing jawohl tot so oh mein gott ich hör da irgendwas da ist schon wieder einer gekommen meine fresse ich geh hier rein die ganze Zeit rum und haben die ganzen steine die ganzen schönen keinen vollstein oh ne nicht diese dinge wie ich die hasse welche dinge granitelement easy easy einfach irgendwelche velos kann nickel wegballern oh nicht so ein scheiß biome du bist doch ganz unten ne hier ist es da unten schön heiß 20 wie ist schon heiß heiß geil hier unten komm mal ran hier ich will die Tür closen komm oh live crystal wenigstens jawohl danke so was hab ich hier alles drin gehabt ach ja hier hat ja auch noch Dirt drin wieder ein live crystal jawohl so das nehmen wir alles raus und sortieren es unten nochmal ein yeah das ist auch clay dirtblock ach ne warte mal hier dirt dirt 432 dirt nice das war diese granitblöcke sie fucken so ab Dirtblock war da ne ja da war Dirt clay hatte ich noch nicht das heißt wenn man jetzt hier mal leben habe ich schon jawohl was hast du 200 leben jo ja danke dass du mir auch hilfst jo bitte ich helfe dir eh da nicht in der hölle gibt es so viel herzen strange plant ok jo hab ich auch schon can be traded for rare dies oh endlich schau ich bin schon ganz und noch immer nicht in der Hölle willst du in die Hölle kommen her ich schick dich da ganz schnell hin nein willst du nicht kommen willst du in die Hölle kommen ich weiß nicht wo du lang gegangen bist ich hab keine ahnung ne mach Wormhole Potion wie oft noch ich hab keine wie oft noch ja sicher in meiner chest ist eine ja ich werde doch jetzt nicht deine letzte wegballern oder was ja mach ich hab eh noch viele ok i'm coming oh nein diese scheiß granit oh mein gott ja sie im lehm i'm fucking lehm also du hast noch zwei gehabt ne ja komm schnell sonst bin ich tot ok der wird graduiert so nie hi hallo ja ok da fängt die Hölle an da unten natürlich ok willst du nicht wie lange ich gebraucht hab warte kurz ich mach kurz bisschen was umstacken ich hab jetzt den hier hol ich mein Schleim mach ich was anderes oh mein gott hellfire oh Gold jetzt ja warte kurz bitte warte kurz ich brauch Gold oh mein gott warte jetzt kurz mit dem abbauen ich mach mal kurz mal hin hast du's gesehen? da ist der im Wurm gerade ne? ja 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 der kommt zu uns what the fuck alter was willst du dagegen machen? da jetzt sehen wir wenigstens wo von abbauen müssen da ja bist du weg? ne warte ich tu ein bissl ragen weißt gegen diesen Wurm ok 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 jetzt kommens komm 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 das Ding ist tot ah ich komm runter ah da ist der erste Dämon schon recht cool ich hab mir voll gekriegt es wird hier hier wird kalt woooo komm ich probandiere nicht ich mach mich weg oh mein gott wie geil ist das denn? ok er hat das leider nicht getropt kannst du diese Fledermaus auch bitte da unten weg machen? welche? die beiden da meinst du diese Feuerdinge? ne komm ich nicht an da unten ja da unten unter uns komm ich nicht an guck doch so komm ich lang die können nur einmal durch Stein durch sobald die durch Stein durch sind geht's was für'n Arsch ah greife an greife an ja ich bin noch da oh pass quasi mach ein damage ja guck mal mein Schleimi macht doch schon guck mal siehst das? Schleimi jawoll brav Schleimi siehst du sowas nennt mal deinen Teamkollegen alter gehör nichts über den unsterblichen guten alten Schleimi alter easy komm mit da hoh easy pass auf pass auf nicht da rauf hoh nicht da rauf pass auf auf diese Blöcke warum nicht? die sind extrem heiß danke dass du es dann sagst und ich rauf springe danke ich hab gesagt bitte nicht auf diese Blöcke rauf ja da stand ich schon drauf du hast es dann gesagt als ich schon drauf stand komm einfach wieder zurück warum zum Fickverkraft eigentlich nix sinnvolles we bräuchten auch echt mal ne bessere Rüstung ne? kann man nicht irgendwie ne bessere Rüstung craften? ähm ähm ich muss kurz schauen wie man die meteoritenrüstung macht du weißt wir müssen halt dann farmen gehen in den Schmuen weißt du weißt? äh das eine Schwert macht glaub ich 37 attack damage welches? dieses äh Blades of ah Blades of Grades und das macht auch so nix kann man nicht einfach so sehen was was man braucht um das zu craften? ne du brauchst äh Sporen oh nein du komm her Shell hilf mir ich hab keinen Tränke mehr ja ich bin down alter vielleicht du hast ja noch 136 nehm ja also nur noch 86 ah komm stirb okay ist tot ahja oh komm mit Schleimi wir gehen jetzt wieder in das andere Ding und töten wir brauchen unbedingt ne bessere Rüstung und ich brauch mehr Leben glaubst du auch bin ich in der Höhle aus Langeweile? ne da gibt es viele Herzen oh mein Gott jetzt kommt der fette Wurm auch noch komm die Masse oh alter bumm gleich tot ja er hat mich getroffen einmal komm her ja fuck fuck alter alter jetzt muss ich wieder da gerufen nee nee äh 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 5 Gold hab ich verloren 5 Gold läuft bei dir aber ich hab noch 1 Gold cool ja man verliert nicht ganz alles leck mich leck mich lecker mio warum denn bitte dass wir einfach dass ich nicht mehr diese Herze farmen muss ich hab grad einmal 2 anderen Leben fick dich du willst echt einfach jetzt an der Gang der nehmen rein nehmen und so ähm wenn du willst kannst machen darf ich das ist dir überlassen darf ich wenn du willst kannst du es gerne machen ok du musst mich aber ändern kann ich machen passt wie war das alt und strong ne 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 strong und shift war das ne ne äh shift und tab komm her das benutzt man nie komm komm dann vergisst man es andauern lad mich ein jetzt schon jo sicher oh ne so nimmt er ja nicht auf ne ne gut nimmt er nicht auf gut ähm hier zum spieleinladen jo du wirst es bekommen haben warte kein nächster Tür das Passwort weiß ich sogar auswendig noch krass hallo hallo warte ahja ich musste doch zu dir ne ja ah das ist das ist gleich ein anderes feeling du musst noch äh du musst auch äh unserem Team join damit du weißt wo ich bin ne ah ich schau hier nicht wo die ganzen Inseln sind miawn alter was sieht der denn aus hallo 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 da da hast du mir nicht in der Waffe So, warte. Das hört sich an wie ein Maschinengewehr. Jo. Aber ich hab noch was besseres, warte. Was zum Fick ist das denn, Alter? Das ist... was? Das denkt man Terrier. Ah, du killst mich noch! Alter, du killst mich! Kann es nur so sein oder bauen wir schneller ab als das Wasser in der herkommt? Jetzt verliere ich Luftblasen. Ich bin schneller als wird das Wasser. Alter, der Sound ist so viel, ehrlich, ne? Wow! 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 Alter, braucht man nicht so schnell, sonst bin ich noch tot! Warum? Ich fall wieder, ich fall! Oh, das ist wieder Wasser, top! So, da! Was? What the fuck, Alter? Hä? I don't know, what the fuck! Ich komme nicht mal mit dem Sinken hinterher! So, gleich haben wir's. Was? Wie? 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 Wie?